Lisa van Battery. Was trägt rosa und verliert? Der HSV. Hat auch rosa Trikots. Verlieren auch momentan sehr viel. Christian M.A. Sind das die Originalnamen? Okay, die werde ich gleich mal aufschreiben. Tim Wiese. Ballflachhalten. In der Kreisliga zerlegt worden und hier unseren Meister anschnauzen. Johnny, ich schnauze keinen an. Ich fand es nur ein bisschen komisch, weil JP, wo ich auch eigentlich, ich gucke die Sendung natürlich auch und verfolge seinen Facebook-Kanal, jetzt mit rasem mehr Tuning anfängt, statt irgendwie geile Autos zu tunen. Deswegen keiner das Kommentar von mir. Also bleib ruhig. Ich wähle deinen Meister nicht an schnauzen. Tun auch nicht weh. Keine Angst. Isabelle Gatz. Wiese ist nur sauer, weil JP keine Sonnenbank aufgemotzt hat. Das hätte er gefeiert. Die olle Ledertasche. Erstens ist das meine Naturbräune. So larum geh ich nicht. Ich bin ein halber Kolumbianer. Verstanden? Kai Vornhülz. Erik. Vom Wessling-Sternchen zum Vollbrook-Gärtner. Was heißt denn hier von? Verstehe ich nicht. Wartet ab, was passiert im Wessling. Ist noch nicht zu Ende, meine Freunde. Noch nicht zu Ende. Kief Kirschfink. Was für ein Name? Also lieber Tim, wenn du das Auto fährst, wie du Bälle fängst, dann verkauf lieber Rasenmäher. War ich echt so schlecht im Tor? Nicht gut gehalten. Ist an sich Sache. David Oberhammer. Was will denn die olle Luftpumpe? Das Schöne ist immer, weißt du, ich höre immer so Kommentare, immer über Facebook, Instagram. Aber von mir hat noch nie einer sowas gesagt. Wäre schön, wenn du mal zu mir kommst, sagst hier, ich bin der David Oberhammer und sagst, Luftpumpe zu mir. Komm bitte zu mir. In die Augen sprechen. Danke.